Hallo zusammen, herzlich grüß Gott. Heute haben wir ein Interview mit dem Reinhard Freudenstein, einem Mann im besten Alter, der in seinem Leben Dinge erlebt hat, die jenseits des Greifbaren liegen und über die wollen wir heute sprechen. Reinhard, möchtest du dir mal kurz vorstellen für unsere Zuseher? Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Reinhard Freudenstein. Ich bin 1952 geboren. Ich war in meinem Leben 30 Jahre lang Reisebusfahrer und ich habe die halbe Welt angeschaut und da habe ich so einiges erlebt. Das, was für mich ganz wichtig war, was jetzt das betrifft, was außerhalb des Normalen liegt, das ist losgegangen vor etwa 16 Jahren. Und zwar habe ich da einen Umfeld gehabt, da hätte ich beinahe meinen Fuß verloren. Die Ärzte würden mir meinen Fuß auch abnehmen und ich habe gesagt, der bleibt dran, weil der wächst wieder zusammen. Und da haben sie teilweise gelacht drüber. Ich habe recht gehabt und ich bin froh, dass ich recht gehabt habe. Ich bin zwar ein rechthauberischer Mensch, aber in dem Fall ist es ganz was anderes. So, warum ist der wieder zusammengewachsen? Ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die lassen wir einfach zu. Und bei mir ist dann eigentlich da ein Schloss gegangen. Das heißt, ich habe Sachen erlebt, Dinge erlebt, die für mich nicht greifbar waren und für andere Leute auch nicht. Aber ich habe gesagt, okay, das wäre schon Sinn haben. Und genau so war es. Reinhard, das ist ja eine spannende Geschichte. Wenn man einen Umfeld hat, du hast, glaube ich, ein Haus repariert im Dachboden oben von deiner Freundin auf Mallorca. Genau. Das war ziemlich morscht. Du bist durch das Dach gebrochen und dann irgendwie Deckenteile. Durch die Decke durch, ja. Irgendein Metall oder ein Felsbrocken oder ein Felsteil ist ja noch auf dem Fuß. Dann hast du deine Freundin angerufen und hat die dann ins Krankenhaus abtransportieren lassen. Da ist der Sanker gekommen und die ganzen Ärzte. Und die haben dann festgestellt, ja, die schaut nicht so gut aus dem Fuß. Den lässt man wahrscheinlich abnehmen. Und deine erste Intuition hast du gesagt, nein. Aber das ist ja auch verständlich. Jeder sagt, nein, nein, ich hätte gerne den Fuß ranlassen. Und so weiter. Aber die haben dich doch auch zuerst in Hypnose versetzt. Du warst ja dann in der Intensivstation wahrscheinlich. Oder hast du das alles mitbekommen? Oder hast du dann hinterher geschaut? Ist denn der Fuß noch dran? Ja, ich bin natürlich narkotisiert worden. Und da haben sie operiert. Das heißt, die haben dann eine Schiene rein gemacht. Weil überall vom Knöchel ungefähr acht Zentimeter hoch, das war alles komplett brei gewesen. Und sie haben gemeint, da kann auch keine Kalosbildung mehr stattfinden. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Aber ich war schon so überzeugt, von innen her überzeugt. Nicht nur der Wunsch, weil man einen Fuß einfach nicht verlieren will. Sondern ich habe gewusst, ich habe das irgendwie nicht nur gelernt, ich habe das gewusst, dass der Fuß wieder zusammenwächst. Also das war in dir ein Wissen da, dass man sagt, okay, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe jetzt einen Knochen, völlig zermatscht ist. Und überhaupt keine Heilung ist ja nicht ein Bruch gewesen, sondern der Knochen war ja Matsch. Genau. Und die restliche Hautbox natürlich wieder zusammen, auch vielleicht die Arterien und so weiter. Aber dann hast du, glaube ich, soweit ich das weiß, einen Freund angerufen, der in der Nähe von Heidelberg auch einen Arzt kennt. Und dann, glaube ich, haben sie nach den ersten Behandlungswochen dann nach Heidelberg verlegt. Und auch die Diagnosen der Ärzte haben gesagt, okay, lieber Reinhard, das ist schön, aber wir müssen leider deinen Fuß abnehmen. Genau. Also das ist schon das zweite Ärzteteam, der gesagt hat, aus diesem Fuß wird nichts mehr, das gefährdet dein Leben, der muss ab. Und dann hast du gesagt, nein, ich möchte ihn gerne, dass er dran bleibt. Genau, richtig. Ja, das war dann Heidelberg respektive in Langensteinbach, das ist in der Nähe von Heidelberg, eine Privatklinik. Und mit dem Chef, dem Professor Diem, der Kurt Diem, wir sind eigentlich wie Freunde gewesen, da hat die Chemie von ersten Momenten aus gestimmt. Und der hat mich sehr, sehr unterstützt. Wie lange warst du da oben in diesem Klinik? Fünf Wochen war ich insgesamt, die haben mich komplett untersucht. Und links und rechts habe ich Eisen drin gehabt, die waren ungefähr so 20 Zentimeter lang gewesen. Die waren verschraubt mit den Knochen, jeweils oben und unten, mit dem oberen Sprunggelenk dann, was noch da war. Und der Rest, der in der Mitte war von dem Knochen, das war eigentlich nicht mehr brauchbar. Das war nicht mehr brauchbar, genau. Und dann hat er gesagt, ja, wir können mir erst sagen, wie es im Knochen drin ausschaut, wenn wir die Eisen heraußen haben. Also der kann nicht versprechen, dass er dran bleibt. Sag ich, doch Kurt, du musst mir das versprechen, weil ich brauche meinen Vorsen noch. Dann sagt er, schauen wir, was wir machen können. Ja, dann bin ich an den Abend quasi von der OP in mein Zimmer gegangen. Dann habe ich das Beten angefangen. Du hast praktisch in die Höhe und Mächte gesagt, okay, lieber Chef, da oben. Genau. Weil die Irischen haben mir auch nicht mehr helfen können. Aber da hast du dir so einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, jetzt habe ich mit dem Chef selber gesprochen. Genau, da habe ich mit dem Chef selber gesprochen drüber. Und ich habe ihm gebeten, dass er mir hilft, dass er mir meinen Fuß dran lässt. Ich bin ja noch ein junger Kerl. Und ich wollte meinen Fuß auch nicht verlieren. Aber da hast du einen Satz gesagt, der glaube ich etwas ausgelöst hat, von dem wir jetzt dann gleich sprechen werden, dass du vielleicht so gar nicht geahnt hast, was passiert. Weil du hast ihm ein Versprechen abgegeben. Genau, richtig. Ich habe gesagt, wenn man den Fuß dran lässt, dass ich wieder laufen kann damit, dann mache egal, was er von mir will, das mache ich dann. Das war meine Zusage. Das war mein Versprechen. Mein Gelübde sozusagen. Ja, dann ist halt der Tag gekommen. Der nächste Tag. Und da war die OP. Und als ich dann im Wachraum wach worden bin, habe ich natürlich als erstes, als ich das bewusst mitgekriegt habe, dass ich wieder wach bin, die Bettdecke hochzogen. Und dann sind unten zwei Füße erschienen. Und ich habe die Zehen bewegen können. Und da war ich glücklich und happy. Ja, dann bin ich, wie gesagt, als ich dann wach worden bin, habe ich meinen Tuch hochgezogen. Und dann habe ich meine zwei Füße gesehen und habe auch alle Zehen, vor allen Dingen von dem einen Fuß bewegen können. Und dann war das Nächste, was ich gemacht habe, mich beim Herrgut bedankt dafür. Das war für mich das Zeichen, dass tatsächlich er mir hilft. Und ja, das ist sehr positiv. Also haben wir die Erste gesagt, da war es eine Fehldiagnose von Ihnen, weil sie gesagt haben, was habt ihr für Begründung gehabt, dass er sagt, jetzt haben wir den Fuß doch nicht abgenommen. Darüber haben sie eigentlich nichts gesagt, sondern sie haben eigentlich nur gesagt, sie haben den versucht ranzulassen, weil das ja mein Wunsch war. Und das haben sie damit erreicht. Aber sie haben sämtliche Metalle raus da. Der Fuß, der kommt dann in eine Schale hinein. Der liegt da lose drin. Und wenn ich Glück habe, dann wachst er vielleicht zusammen. Oder wie auch immer. Also das heißt, das war jetzt einmal das erste Experiment, zu sehen, Stangen raus, also mit Stabilisation, um zu sehen, wächst er wieder zusammen. Das war dann auch wieder ein Heilungsprozess von mehreren Wochen, Monaten, oder? Richtig. Das hat insgesamt eineinhalb Jahre hart. Eineinhalb Jahre, okay. Da habe ich dann selber angefangen, also ich bin dann nicht mehr zum Arzt gegangen, sondern habe selber angefangen mit Training, weil nach sechs Monaten hat er gesagt, darf ich das erste Mal überhaupt den Fuß am Boden runterstellen. Ja, und da habe ich mich dran gehalten. Und dann habe ich langsam angefangen, den zu belassen. Das war insgesamt der Prozess über eineinhalb Jahre. Okay. Aber wir wollen ja nicht nur über diesen Fuß sprechen, weil der Fuß war ja nur der Auslöser für etwas, was dann passiert ist in einer Reihenfolge, die schier unglaublich ist. Du warst, wie gesagt, damals Angestellter, ein Busfahrer von einem Reiseunternehmen. Da warst du in ganz Europa und natürlich auch in Afrika unterwegs. Aber du hast mir erzählt, wie du in dieser Intensivstation gelegen bist. Da waren ja auch andere Patienten, vor allem ein Mann, neben dir gelegen. Und der hat vor Schmerzen gestöhnt. Der hatte scheinbar auch irgendeine Operation vor oder hinter sich. Und erzähl mir, wie waren denn die nächsten Ereignisse nach diesem Ganzen? Ja, das war sehr sonderbar für mich. Ich habe es eigentlich unbewusst wahrgenommen, das Ganze. Und zwar haben es da einen älteren Herrn, der war damals auch schon jenseits von 70 Jahren, und der ist operiert worden, zwei, drei Tage vorher, hat er mir erzählt. Und der hat immer so da leicht geärmert und gewimmelt. Und dann habe ich gefragt, ob er Schmerzen hat. Sagt er, ja, er hat Schmerzen. Dann habe ich noch eine Schwester. Sagt er, nein, hilft nichts, er kriegt sogar Morphium. Und selbst das hilft nicht voll. Sagt er, ja, ich habe dann mir nichts gedacht dabei. Und dann ist mein Körper wie ferngesteuert, ich kann es nicht anders sagen, aufgestanden, habe meine Krücken gehabt. Und dann bin ich, weil ich war ja selber operiert, ja, und das Bett von meinem Nachbar rüber, und habe die Krücken auf die Seite, dann habe ich sein Bettdecken zurückschlagen und bin dann mit meiner linken Hand über den seinen Bauch mit. Also einen Abstand von ungefähr fünf Zentimeter, sag ich mal so. Das ist ja das, was von Hausern so war. Du hast dich praktisch selber bei dieser Aktion beobachten können, dass du sagst, ich stehe hier auf, ich gehe zum Nachbarbett, ziehe dem die Bettdecke weg und mache hier, ja, sag ich mal, irgendeine Behandlung mit meiner Hand. Genau, ich habe da heilende Bewegungen, kann ich halt sagen, gemacht, die es alles selbstständig gelaufen ist. Was hast du dabei gespürt? Gar nichts, gar nichts. Ich war total unbeteiligt. Ich habe als wie ein Zuschauer aus der Ferne zugeschaut und habe den da vielleicht fünf Minuten behandelt. Dann hat der Mann gesagt, mein, tut es gut. Ich habe keine Schmerzen mehr. Und dann habe ich nur vielleicht zwei Minuten so behandelt. Ich nenne es einfach so, behandelt. Und dann habe ich meine Krücken genommen, habe ihn wieder zugedeckt und bin ins Bett gegangen. Ja, haben wir wunderbar geschlafen. Den nächsten Tag bin ich in eine andere Abteilung gekommen, eine neue Abteilung. Dann kamen diese Oberärztin von dieser Abteilung, wo ich vorher war. Dann hat sie sich bei mir ins Bett reingesetzt und hat gesagt, sind Sie der Herr Freudenstein, sage ich, ja. Dann sagt sie, Herr Freudenstein, das, was Sie da machen, das ist was Wunderbares. Das muss ich mir unbedingt erhalten. Da hast du aber doch gar nicht gewusst, was sie spricht. Ich habe gar nicht gewusst gehabt, was die Frau überhaupt meint. Die Oberärztin. Und bis sie dann gegangen ist wieder, da habe ich mir gedacht, ich kann nur bloß das meinen. Genauso war es natürlich auch. Das war für mich das erste Erlebnis dann, was ich dann im Nachhinein mir selber erst bewusst worden ist, was da eigentlich abgelaufen ist. Und das war dann in der Kombination von meinem Versprechen her was Wunderbares. Und ich habe gedacht, aha, das ist das, was der Herrgott vielleicht, oder sehr wahrscheinlich von mir will. Das war aber das erste Ereignis. Das war das allererste. Und dann bist du dann entlastet worden. Wahrscheinlich hast du ja irgendeinen Rollstuhl gebraucht zum Fahren. Nein, ich bin mit dem Rücken gefahren. Mit dem Rücken, ja. Du darfst aber deinen Fuß eigentlich gar nicht belasten. Nein, ich habe ihn nicht belastet. Den habe ich immer hochgehoben dann. Und wie gesagt, eben nach einerinhalb Jahren habe ich ihn so weit gehabt, dass ich, ja, ich habe dann wieder Bus fahren können. Aber hast du da nicht dann weiter den Gedanken gemacht? Was waren denn die nächsten Punkte, wo du gesagt hast, irgendwas stimmt mit mir jetzt nicht mehr? Das Thema der Heilung, wenn man es einmal als Anführungssticher nimmt. Ja, das war noch ein langer Weg. Das ist also ein bisschen dahin, wo ich wieder habe Bus fahren können und den Fuß belassen. War ein langer Weg gewesen. Und dann habe ich während den Fahrten sehr viel in Italien unten erlebt mit diesen Dingen, die eben nicht von hier sind. Zum Beispiel war ich in Bari gewesen, auf dem Parkplatz gestanden. Die Leute waren noch mit der Reiseleiterin im Dorf gewesen oder in der Stadt. Da haben sie sich die Stadt angeschaut. Und ich war eben vor dem Bus gestanden. Ja, und dann kommt ein Vogel angeflogen und setzt sich vor mir zwischen meinen Füßen und dem Bus auf die Erde und schaut mich an. Ein Rockhielchen. Und ich war so erstaunt und habe dann mit dem angefangen zu sprechen. Sag ich, was magst du denn da? Sag ich, ich freue mich. Schön, dass du zu mir findest und so weiter. Habe mich instinktiv, sage ich einmal, runtergebeugt und nach dem Vogel gegriffen. Der hat sich auch nehmen lassen und ich habe mir auf die Hand gesetzt und habe mir so angeschaut. Und der hat keinerlei Anstand gemacht, dass ich irgendwie ängstlich wäre oder so. Sag ich, du weißt was, jetzt gehen wir in den Bus rein, ich setze mich da hin. Und dann mache ich ein Foto von dir. In dem Moment, wo ich in den Bus nicht gehe, fliegt der wahrscheinlich davon. Ne, war nicht so. Er saß da drinnen und ich habe mein Foto gemacht mit dem Handy. Habe ich leider Gottes dann nach einem halben Jahr was gelöscht. Na ja, ist halt so. Und da war meine Hand drauf, da war meine Hand drauf eben und der Vogel. Und dann habe ich gesagt zu ihm, fehlt dir was? Und dann habe ich seine Flügel genommen, habe sie abgegriffen und so weiter und seine Brust und so. Es war alles okay, hat er sich alles bieten lassen. Dann sage ich, du, du willst mir wahrscheinlich irgendwas sagen, aber ich verstehe es nicht, du musst mir helfen. Ich habe keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Aber das ist ja nicht normal, das musst du dir selber auch sagen. Etwa, ja. Da kannst du jederzeit davonfliegen. Dann ist er auch noch insgesamt fünf Minuten, wo wir im Bus gesessen sind, ist er wieder auf seine Füße und raus vom Bus und wieder davon geflogen. Ja, das war eine wunderbare Sache. Da gibt es aber noch einen Zusatz dazu. Ja, aber das ist jetzt vielleicht noch nicht für die Zuseher, sage ich, okay, das ist jetzt ein Vogel, aber... Ja, gut, für mich war das schon nicht okay, der sieht er da so, aber okay. Aber da ist ja Symbolik dahinter. Es ist Symbolik dahinter und zwar hat die Reiseleiterin von einem Stadtführer in Italien unten eine Geschichte von Jesus und einem Rotkirchen erzählt bekommen und ich habe die Hälfte der Geschichte mitbekommen. Nur den Rest nicht. Und zwar, als Jesus als Kind bei der Mutter Gottes auf dem Schoß saß, ist der Vogel gekommen und hat sich bei ihm am Finger gesetzt und hat gesagt, lieber Jesus, kann ich dir helfen? Hat Jesus gesagt, ich bin Jesuskind. Du brauchst mir nicht helfen, ich kann mir selber helfen. Ja, okay. Mehr habe ich nicht mitgekriegt und wie dann die, ich mache den Sprung wieder zurück nach Bari. Die Leute sind dann gekommen und wir sind losgefahren Richtung Campingplatz. Das war eine Fahrt von ungefähr einer Stunde. Dann sage ich zu der Reiseleiterin, du, schau her, was ich da habe. Da habe ich ein Bild von einem Vogel. Sie sagt, ja, ich habe vorhin den Leuten die Geschichte erzählt, die uns heute der Reiseführer erzählt hat. Und zwar, wir waren als letztes in der Nikolauskirche in Bari und ich mache genau um halb fünf auf. Und zehn Minuten vorher hat sie die Geschichte erzählt und sagt, du kennst das ja noch nicht, den Ausgang, der Ausgang war dann der, Jesus hängt am Kreuz, der Vogel kommt wieder, das Rotkehlchen, setzt sich wieder auf den Finger von Jesus und sagt, kann ich dir helfen, lieber Jesus? Jesus hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, ich kann mir selber helfen. Dann sage ich, wann war das genau? Dann sagt sie, ja, kurz vor halb fünf, weil um halb fünf öffnete die Tür. Dann sage ich, schau mir das Foto an von meinem Handy, wann das gemacht wurde. Fünf Minuten vor halb fünf und der Vogel sieht es auf meiner Hand. Das nennt man dann in der Fachsprache so etwas ähnliches wie Synchronisation. Das heißt, einer E-Mann erzählt diese Geschichte in einer Kirche, deine Reiserleiterin mit deiner Gruppe, du bleibst im Bus zurück und dir passiert genau das, was in dieser Geschichte passiert ist, außer dass der Vogel mit dir gesprochen hat. Ja, das hat er nicht ganz. Aber die Symbolik waren wir dann. Sind diese Dinge vorher auch schon passiert oder haben die dann zugenommen? Nein, die haben dann zugenommen, es sind immer mehr geworden. Du hast ja dann angefangen, den Leuten zu helfen, die im Bus irgendwie erkrankt sind auf diesen Reisen. Ja, ich habe dann gemerkt, nach insgesamt zwei Jahren, das heißt, ich nicht, sondern meine Schwester war das, die hat gesagt, Reinhard, diese Geschichten, was du mir erzählst, sie war übrigens die einzige, der ich mir anvertraut habe, weil man kann sich in die Geschichten nicht jedem Menschen erzählen, sonst, damals nicht, heute geht es schon besser. Genau, heute geht es schon besser, ganz anders. Sag sie, du bist Heiler. Sag ich, ich bin doch kein Heiler, wie kommst du denn da drauf? Dann sagt sie, was du mir alles erzählt hast und was du schon alles erlebt hast und das war so, du bist Heiler. Sag ich, nein, das glaube ich nicht, ich will es ja gar nicht sein, ich will es ja gar nicht sein. Dann sagt sie, gib mir mal deine Hand auf meinen Fuß. Sag ich, wieso? Ja, sie hat Schmerzen seit zwei Jahren da drauf. Sag ich, okay, damit du siehst, dass das nicht stimmt, machen wir das. Dann sagt sie prompt, nach einer kurzen, nach ein paar Sekunden, die Schmerzen sind weg. Und das habe ich ihr nicht geglaubt. Ich bin dann meine nächste Tour gefahren und als ich wieder heimgekommen bin, was das erste, was gesagt hat meine Schwester Reinhardt, die Schmerzen sind immer noch weg. Du hast gedacht, er macht einen Scherz. Genau, sie macht einen Scherz. Und da geht es weiter. Sag es, nein, ich verspreche es, es ist wirklich so, der Schmerz ist seitdem weg. Aber du hast es ja auch auf deinen Reisen, gehst dir die, sag ich mal, da kann ich mir eine Geschichte erinnern, ich weiß nicht, an welchem Zeitpunkt das war, Südafrika, da musst du dann immer für die Leute kochen, übernachten und dann hast du eine kleine Unterkunft und du kriegst einen Anruf. Genau. Ich würde vielleicht nur vom Folgegeschehen her die erste Heilung dann, was ich bewusst gemacht habe, nur kurz, wenn ich darf, das war dann eben von meiner Schwester weg dann, ich habe es ja dann geglaubt, sage ich, okay, wenn du das sagst, das ist so, dann möchte ich es aber genau wissen. Dann war meine nächste Tour, war dann Süditalien, die ging los bei Neapel, von Popay aus genau gesagt, und da habe ich eine, Dame aus Salzburg eine Elisabeth dabei gehabt und das so eigenartig gelaufen. Dann habe ich sie nach dem Essen, habe ich sie gefragt, warum sie so eigenartig denn zu Fuß unterwegs ist. Sagt sie, ja Renat, ich habe seit zwei Jahren zwei neue Knie, künstliche Knie und ich habe Schmerzen vom Schienbeinkopf bis runter zu den Sprunggelenken, bin schon zweimal nachoperiert worden, ich nehme täglich Morphium. und selbst da es wird immer schwieriger. Dann habe ich ihr erzählt, was meine Schwester da behauptet, dann sagt sie gleich, das probieren wir aus. Sag ich, okay, machen wir. Das haben wir dann gemacht, ich knie neben ihr und ich Du hast ja einen Reisebus gehabt mit Schlafkabinen. Mit Schlafkabinen, genau, richtig. Ich habe so eine Doppelkabine gehabt und habe gesagt, da gehen wir da rein, weil ich wusste nicht, wie muss ich da rangehen an die Sache. Ich wollte mich halt nicht irgendwie dann jetzt da darstellen vor den restlichen Menschen dann, der Gruppe. Genau, du kannst es ja nicht am Straße oder als Wagen machen, du musst sie irgendwo hinlegen und reinsetzen. Und dafür war das ideal dann. Das haben wir dann gemacht, ich hatte sie da reingelegt und ich habe mich daneben hingekniet und wie ich so mit meiner Hand da drüber gehe über ihr, dann hat es mir das erste, was eine Reaktion ich verspürt habe, das war, dass mir vom Scheitel bis zur Sohle runter, aber wortwörtlich, die Haut aufgestellt hat, eine Gänsele Haut sagen wir mir in Bayern dazu, aber elektrisiert dreimal, dreimal so hoch, dreimal hintereinander. Und dann habe ich gewusst gehabt, aha, da ist wirklich etwas dahinter. Das habe ich wirklich selber so gespürt. Ich habe auch schon öfters eine Gänsele Haut gehabt, sei es durch irgendeine Ereignis oder durch Temperatur, aber das war nichts dagegen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir es. Und dann bin ich so bewusst über ihren Körper drüber gegangen, komme zurück nie runter und dann habe ich das voll in den Händen spüren können. Das heißt, ich kann seitdem in den Händen Dinge spüren, die auch nicht normal sind. Das kann ein Zwicken sein, kann ein Stechen sein, das kann eine Kälte, ein Temperaturunterschied sein, alles Mögliche. Es gibt Dinge, von denen ich habe vorher nicht die Ahnung gehabt, dass es eine Gefühle überhaupt gibt. Okay, in den Händen hast du praktisch jetzt eine neue Sensorik, da musst du die Möglichkeiten oder irgendeine Reaktion hast, wenn du da drüber bist. Richtig. Also ich kann feststellen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich bin da kein Mediziner, kein Arzt, um Gottes Willen, weiß ich weit von mir. und ich kann das fühlen und ich kann das fühlen und ich habe mittlerweile dann sehr, sehr schnell gelernt, dass wenn, solange ich etwas fühle da und kreise, dann ändert sich da was. Es muss zwar nicht sein, der Prozentsatz ist sehr, sehr hoch bei den Leuten, wo sich etwas verändert. Es gibt zwar auch, wie man so sagt, vielleicht resistente Zeitgenossen, da funktioniert es nicht. Es gibt natürlich keine hundertprozentigen Versprechen, aber du hast eine sehr hohe Anzahl von Personen, die sagen nach dem, dass du hier mit deiner Energie, wenn man es mal so sagen darf, mit deinen Bewegungen an meinen Verletzungen hier arbeitest, desto schmerzfreier wird das Ganze. Das ist offensichtlich, das ist eine Energie, die habe ich erhalten bei einer speziellen Sitzung einmal. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das kann man auch nochmal aufnehmen, wenn es dich interessiert. Den Leuten interessiert es bestimmt, was wirklich interessant ist. Und mit dieser Energie darf ich da offensichtlich arbeiten. Und die ist heilsam, ich nenne sie, weil ich habe keinen anderen Begriff dafür, das ist die göttliche Heilkraft der Liebe. Habe ich von Jesus gekriegt. Und mit der kann man wirklich heilen, nur derjenige, der geheilt werden will, muss auch wirklich geheilt werden wollen. Hildegard von Bingen hat es schon gesagt, es gibt für jede Krankheit ein Graut. Und sie hat offensichtlich recht. Aber es gibt nicht, oder es gibt Leute, die kann man nicht heilen. Man kann nicht jeden heilen, weil er einfach nicht dazu bereit ist, aus irgendwelchen Gründen. In seinem freien Willen eingreifen. Du kannst ihn anbieten, ich kann durch dich diese Heilenergie fließen lassen. Du bist ein Kanal für diese Energie. Ich bin kein Heiler. Du bist praktisch nur jemand, der sagt, ich bin das Gefäß. Das ist fließt. Was hat die Frau dann nach dieser Behandlung gehabt mit ihrer Hüfte, mit ihren Knien und dem Ganzen? Also bei der war es dann so, die hat gesagt, während der Behandlung noch, das tut gut. Das tut so gut. Und dann ist sie aufgestanden. Das war vielleicht insgesamt eine knappe halbe Stunde, die wir da verbracht haben. Dann ist sie aufgestanden. Sie hat gesagt, sie kann gehen und hat überhaupt keine Anzeichen von irgendwelchen Schmerzen. Gut, sie hat die Medikamente respektive das Morphium ja noch noch mehr gehabt tagsüber. Und dann hat es, die nächste Frage war bei ihr, kann ich das Morphium weglassen? Sag ich, du, das weiß ich nicht. Ich bin kein Arzt. Aber ich habe, was ich weiß so als Laie, dass das nur ein Schmerzmittel ist, aber kein Heilmittel. Aber ich würde es auf alle Fälle aufbewahren. Wenn die Schmerzen wieder kommen sollten, dann kannst du es ja wieder nehmen. Also Reinhard, die Anwendung bei deiner Dame, die im Bus mitgefahren ist, war sowieso schon interessant, dass sie sich dann doch noch so eine Reise antut, wo sie weiß, dass sie eigentlich nur Schmerzen hat und will aber doch so etwas erleben. Dann hat sie das Morphium dann weggelassen. Was ist dann passiert? Sind die Schmerzen wieder aufgetaucht? Nein, die Schmerzen sind nicht wieder aufgetaucht. Sie waren weg, sie sind weggeblieben während der ganzen Reise. Ich habe sie dann insgesamt dreimal behandelt mit meiner Hand und sie hat sich wohlgefühlt. Sie hat kein Morphium mehr gebraucht und nichts mehr. Ich war dann, jetzt mache ich einen größeren Sprung, nach ein paar Jahren, das waren mindestens zwei Jahre später, in Salzburg gewesen, wo sie eben wohnt und ich habe ihre Adresse dabei gehabt, zufällig und denke mir, ach, da fährst du jetzt immer hin, einfach so, vielleicht triffst du es an. Ja, sie war daheim, ein riesen Hallo und das erste, was ich zu ihr unter dem Türstück noch gesagt habe, sage ich, Elisabeth, wie geht es dir denn? Sagt sie, was meinst du? Ja, mit deinen Knien. Ja, sagt sie, da hast du mich doch vor zwei Jahren geheilt. Keine Schmerzen mehr, nichts mehr, nichts mehr mehr brauchen. Das war schon sehr ein, ja, man würde vielleicht sagen Erfolg, ich nenne es anders, eine wunderbare, herrliche Sache war das natürlich und dann ging es weiter und dann war ich eigentlich nicht mehr zu halten von meiner Seite her, weil das war dann, das hat, ja, wie Klick gemacht und ich habe dieses Interesse am Heilen gewonnen. Das Interessante dabei ist ja das, du hast mir erzählt, du bist ja von Leidenschaft, weil du bist ja bis zur Rente eben in diesen, sage ich mal, als dieser Reise- und Busführer, sage ich mal, unterwegs gewesen, du hast ja nicht irgendwie deinen Beruf jetzt gekündigt und gesagt, ich mache jetzt eins auf Heiler, sondern du hast ja diese Gabe, wenn man es einmal so bezeichnen darf, die Gabe zu heilen, ja, weiter angewandt, das hat sich natürlich auch rumgesprochen, zumindest bei den einen oder anderen, aber du hast ja nie etwas dafür verlangt, das ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt kriege ich Geld dafür, sondern wenn du Geld kriegst, dann spendest du das und sagst, okay, weil dir das Heilen einfach Freude macht. genau, das ist so, das weiß ich, das ist in mir drinnen auch, das ist wie eine Botschaft, die angekommen ist, dafür brauche ich auch nichts verlangen, verlange auch nichts, wenn die Leute auch fragen, ja, was kriegst du jetzt dafür, sage ich auch nichts, wenn du eine Spende machen willst, dann ist das okay und die Spende, das heißt, ich sammle diese Spende das Jahr über zusammen und dann am Jahresende weiß ich jetzt seit zwei Jahren, dass auch bei uns in Niederbayern hier in der Gemeinde und so weiter, in der Nachbargemeinde, Leute gibt, die nicht so auf der Sonnenseite stehen und ja, wenn es geht, dann greife ich da den Leuten gerne unter die Arme und das ist auch wiederum ein wunderbares, schönes Gefühl, das erste Mal, wenn die Leute mir die Spende geben, dass ich den Leuten habe helfen können, ja, das ist nicht, nicht, dass ich das Geld kriege, sondern dass ich ihnen helfen habe können dabei und das zweite ist dann das, wenn ich andere Menschen, vor allen Dingen Kindern, mit diesem Geld, mit dieser Spende wieder helfen kann und das ist was wunderbares. Ich möchte noch auf ein anderes Ereignis eingehen, auch Südafrika, da haben wir vorher schon gesprochen, wo du auch eben eine Reise gehabt hast und da war auch ein Besondergebrachter in einem kleinen Zimmer und du bekommst aber einen Anruf von jemandem. Ja, es ist so, das Südafrika, da habe ich zwar ein Paar, ein Elternpaar dabei gehabt aus Itzehoe und der Peter, ich darf den Namen so sagen, der hat ein Problem gehabt mit seinem großen Zeh, der ist irgendwo am Stein hängen geblieben mit einem großen Zehnagel und da hat sie den nach oben weggerissen gehabt, also der war nur noch an den Wurzeln gehangen und der ist kommen und hat mich gebeten, ihm zu helfen, weil er seine Schmerzen hat und weil es natürlich ziemlich geblutet hat. Ich sage, ja, ich komme gleich und habe ich da auch gemacht und habe ich eben den, mit meiner Hand bin ich da drüber, habe ich da gekreist und dann habe ich langsam den Nagel wieder runterdrücken können, ohne dass der Schmerzen gehabt hat oder so was. Die Schmerzen waren auch weg und das Bluten hat auch aufgehört und dann habe ich gesagt, du, ich würde sagen, ziehst einen leichten Socken drüber und ich lasse auch in der Nacht dann, damit die Bette geht in den nicht wieder malträtiert. Ja, genau. So, das war okay, das ist wunderbar gegangen, der ist dann später abgegangen, natürlich, der Nagel, das ist schon klar, aber momentan war ihm geholfen. Und ein paar Tage später kamen sie wieder zu mir und sagen sie, Renner, bitte helf, unsere Tochter, die ist in Hamburg, in der Universitätsklinik, sie ist Studentin auch, ja. Noch während dieser Reise? Während dieser Reise noch, ja. Und die ist in der Uniklinik und die Ärzte sagen, sie wissen nicht, was sie machen sollen, sie stirbt ihnen unter der Handy weg. Sie können nichts machen. Hat die Blutvergiftung oder? Das wussten sie selber nicht, was sie genau gehabt hat. Die Blutwerte waren im Keller, alle Werte, was man so hat, auch die Leberwerte waren im Keller gewesen bei ihr. Und wenn sie was gegessen hat, dann hat sie es wieder gebrochen. Und sie konnte dann nicht aufstehen, weil sie, es ist ja total schwindelig geworden. Und die Ärzte haben praktisch die Eltern darüber informiert, dass die Tochter im Krankenhaus liegt und dass sie... Ganz genau, richtig. Wollten die dann die Reise schon abbrechen oder die sind dann zuerst zu dir gekommen? Die haben schon überlegt gehabt, also die ist zumindest mit in Erwägung gezogen. Und dann haben sie gesagt gehabt, jetzt warten wir aber nur ab, was da ab dem Krankenhaus so passiert die nächsten paar Tage. Auf jeden Fall, ja, bitte rein und hilf. Ich sage, ja, okay, ich versuche, vielleicht kann ich da was machen. Ich meine, wir sind in Südafrika und das ist in Hamburg. Dann habe ich den Peter gefragt und die Barbara, habt ihr von der Tochter ein Bild? Dann hat er mir ein kleines Bild gegeben, ein altes, sagt er, ein anderes hat er leider nicht, ich sage, ich spiele keine Rolle. Und ich habe damals in, das war in, ja, das fällt mir da noch nicht ein, ganz unten am Spitz die Johannesburg, sondern die anderen Seiten unten. Ja, irgendwo in Südafrika. Ne, Ne, Namibia, sage ich jetzt mal. Da habe ich ein kleines Quartier gehabt, ein Zimmerchen mit einer Schiebetür, das ist so ein Art das, ja, Zimmer gewesen und da ist auf Rollen ist diese Tür gelaufen und wenn man die auf und zugstimmt, dann hat er so wie die alten Eisenbahnwaggon hat das gemacht. Aber das war kein, kein Problem. Ich habe da ein Bett gehabt und ein Nachttischal und eine Lampe drauf. Das heißt, deine Gäste im Reisebus haben im Reisebus geschlafen. Richtig. Und ich habe da so ein kleines Zimmer gehabt, dass man hier richtig ausschlafen kann und einfach, man hat ein anderes Gefühl dann, wenn man weiß, es trampelt in der Nacht oder es läuft, keiner rum und so weiter, man wird irgendwie gestört. oder man fühlt sich vielleicht gestört. Gut, und dann bin ich, das weiß ich noch so genau, um 9 Uhr abends bin ich dann ins Bett gegangen, oder in das Zimmer rein, und habe mich dann auf die Bettkante gesetzt, und habe das Bild an die Lampe gestellt, habe dann mit dem Herrgott wieder angefangen zu sprechen, mache ich sehr, sehr oft, eigentlich täglich, und habe ihn gebeten, dass er der Tochter von den beiden hilft. Die war nämlich auch in der 21. Woche schwanger. Die Tochter? Die Tochter, ja. Und da haben die Ärzte auch gesagt, sie haben Angst, dass sie das Kind auch verliert. Also lange geht das nicht mehr gut so. Ja, das habe ich dann so formuliert gehabt, und ja, gut, haben noch zwei, drei Vaterunser dazu gebetet, und dann habe ich mich hingekriegt und habe wunderbar geschlafen. Und dann bin ich in der Nacht, mitten in der Nacht, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber es müsste so um 1 Uhr nachts gewesen sein, bin ich geweckt worden, und zwar in der Form, dass jemand mich an der Schulter genommen und so bin ich dringegang und wachgerüttelt hat. Dann habe ich die Lampe angemacht, jetzt ist die Tür zu, ist und niemand da. Dann setze ich mich ins Bett rein, und dann kommt das Unglaubliche. Also es ist gar nicht so einfach, darüber zu reden. Dann höre ich eine Stimme, so wie ich mit dir rede, so wie wir uns unterhalten. Das heißt, es war ein Monolog. Ich habe auch keine Fragen gestellt, ansonsten nichts. Sondern es war eine Stimme, und die hat laut und deutlich und klar gesagt, die Eltern brauchen keine Angst haben, die Tochter wird wieder gesund, respektive die Tochter isst wieder gesund. Nur die Leberwerte, die kriegt sie erst in einer Woche mitgeteilt, aber es ist alles in Ordnung. Und der kleine Richard ist auch gesund. Den geht es gut. Sie brauchen sich um nichts Sorgen machen. Das war die Botschaft. Das war kein Traum. Und ich habe mich wieder hingelegt, das Licht ausgemacht, und ich habe wunderbar weiter geschlafen. Dann in der Früh beim Frühstück habe ich die zwei dann aufgesucht, habe mich zu ihnen hingesetzt. Das Erste, was ich gesagt habe, außer guten Morgen natürlich, gibt es bei euch in der Familie jemanden, der Richard heißt? Und uns haben die beiden gesagt, nein, zuerst haben wir keinen. Dann sagt der Peter, mein verstorbener Vater, der hieß Richard. Jetzt war ich der Meinung, dass dieser Richard, der Geist von dem Richard, oder war es auch, war für mich naheliegend, habe mich noch nie mit solchen Dingen befasst, dass der mit mir gesprochen hat. Der hat vielleicht mehr Einsicht gehabt in diese Dinge. Durch die Göttlichkeit. Mit seiner Seele und so weiter. Tja, einen Tag später kamen die beiden wieder zu mir. Die Tochter hat heute angerufen, sie ist als geheilt entlassen worden. Alle Blutwerte, alle Werte sind in Ordnung, nur die Leberwerte, die wissen es noch nicht, die ging es erst in einer Woche. Und genau so war es. Und da war alles top. Ich bin dann ein halbes Jahr später, oder fast ein Dreivierteljahr später, in Norwegen gefahren, an einem Sonntagnachmittag, wunderbares Wetter. Ich erwähne es einfach so, was man so zu dem Bild gehört hat und mich sehr stark geprägt hat auch. Und während der Fahrt um vier Uhr Nachmittag plötzlich habe ich das Gefühl, dass wenn jemand, ich beschreibe es so, wenn es mit einem spitzen Bleistift um die Gürtellinie mit einer schnellen Bewegung um den ganzen Leib herum fährst, so leichtes Kratzen, aber sehr angenehm, wunderbares. In dem Moment wusste ich, ah, der Richard ist auf die Welt gekommen. Ja, das war einfach für mich, klar, das war das Zeichen, was ich gekriegt habe, Richard ist auf die Welt gekommen. Dann am Abend ruft mich der Peter an, sagt, Reinhard, weißt du, was heute passiert ist? Sag ich, Richard ist auf die Welt gekommen. Sag der, jein. Sag ich, wieso jein? Sag der, ja, es ist ein Mädchen. Sag ich, oah, was ist da schiefgelaufen? Und dann haben wir hin und her überlegt und sag ich, ja, sag ich, habst richtig hingeschaut? Ja, mir haben wir dreimal hingeschaut. Es ist ein Mädchen. Okay, das war alles soweit. Dann genehmigt. Dann bin ich ein Jahr später in Sizilien, in Palermo. Die Leute sind wieder zu Fuß unterwegs. Ich sitze im Bus und lese. Dann plötzlich habe ich diese Erkenntnis, was das war. warum das so gelaufen ist. Und das hat jetzt mit Reinkarnation zu tun. Ich wusste dann, das war, ich nenne es auch immer so, wie wenn ein Indianer mit dem Pfeil durch meinen Kopf geschossen hätte und die Nachricht hinterlassen hat, warum das so war. Warum das Richard als ein Mädchen ist. Und zwar ist er der Opa quasi von den Mädchen, der Uropa, als Mädchen auf die Welt gekommen, der früher Richard hieß. Und darum hat diese Stimme zu mir gesagt, den kleinen Richard geht es gut. Der wusste schon mehr. War sehr interessant. Reinhard, das ist unglaublich, fantastische Geschichte und du hast ja noch viel mehr von diesen Dingen erlebt. Das ist ja schon richtig. Das sind wenige gewesen. Aber wenn wir noch mal kurz zurückkommen, dein Fuß ist ja heute geheilt, auch zwei Jahre danach waren sicher die Ärzte und alle überrascht, dass das auch doch funktioniert. Die konnten sich quasi auch keinen Reim drauf machen, oder wie das möglich ist. So ist es, die haben selber von Wunder gesprochen. Dann sage ich jetzt mal herzlichen Dank für dieses erste Gespräch und wir werden hier mit Sicherheit gleich weitere Gespräche führen. Ja, gerne lieber Neppenburg, ich möchte vielleicht auch die Genegenheit nutzen und mich bei dir bedanken, dass du derjenige bist, der mir dieses Podium bietet, diese Möglichkeit bietet, diese Geschichten, diese Erlebnisse vor der Kamera mit dir zu erzählen dürfen und den Leuten in die Welt raustragen, sagen wir mal. Dass Leute auch im nahen Umfeld und auch im weiteren Umfeld das hören und sehen und vielleicht dann doch mehr daran kommen. Es gibt leider Gottes Kräfte, die sich heute noch und vielleicht noch mehr dagegen wehren. Es gibt Institutionen, die haben was dagegen, dass es solche Heiler gibt. Aber es gibt halt mehr zwischen Himmel und Erde. So ist es. Und diese Dinge haben die da aufgehört und die waren schon immer da. Genau. Gerne. War mir eine Freude. War mir eine Freude. Vielen Dank.